Habt ihr mir zugehört, als ich euch erklärt habe, was wir jetzt machen werden? Nö. Ich sag dir ehrlich, ich hab ein bisschen wie in der Schule zugehört. Ich hab zugehört, aber ich hab's nicht mitbekommen. Also hast du nicht zugehört, hä? Was ist das? Ist nicht. Es ist relativ selbsterklärend. Wir machen heute die große Minecraft-Gergie-Chaos-Party. Wir werden heute eine Challenge spielen. Wir werden versuchen, den Ender da zu töten. Und währenddessen werden uns immer wieder kleine Mini-Challenges und Einschränkungen erwarten. Es wird ziemlich selbsterklärend. Wenn eine Challenge verkackt wird oder eine Einschränkung. Naja, es wird oben groß stehen. Ihr werdet alles verstehen. Lasst unbedingt einen Like da. Schaut bei den anderen vorbei. Und schreibt in die Kommentare, wenn wir sowas häufiger machen sollen. Was gibt ein Stink hier ab, Bro? Holy shit. Ey, mir fehlt Essen. Darum kümmern wir uns gleich.